Wir leben einfach mal in einer visuellen Welt. Mir ist natürlich klar, dass ich mit meinem Auftreten auch etwas bewirke bei meinem Gegenüber. Ich trage gerne Dinge, die zusammenpassen. Ich gehe auch gern shoppen. Also Mode sehe und empfinde ich noch genauso, wie ich das früher getan habe. Ich bin im Alter mit 27 erblindet. Also wo man jetzt so davon spricht, okay, es war keine visuelle Verarbeitung mehr da. Ich hatte kein Bild mehr. Ich konnte die Menschen vor mir nicht mehr in Umrissen oder sonst irgendwas erkennen. Ich musste mich also komplett auf alle anderen Sinne verlassen können. Und Ursache der ganzen Situation ist meine Autoimmunerkrankung. Das ist eine rheumatische Erkrankung. Also wenn man plötzlich erblindet, ändert sich natürlich alles. Erblinden bedeutet Leben neu erlernen. Ich musste ja überhaupt erst mal überlegen, wie komme ich denn jetzt von meinem Zuhause zu meiner Uni? Wie finde ich überhaupt in der Bahn einen Sitzplatz? Wie organisiere ich denn an meinen Haushalt? Sitz? Die sind immer so ausgerichtet, dass wenn ich alleine bin, dass ich so, dass ich weiß, wie ich rüber muss. Deshalb ist das alles so ein bisschen schiefer und dann weiß ich, dass ich so gehen muss. Wenn ich shoppen gehen möchte, dann nehme ich mir immer jemand mit. Und da suche ich mir natürlich die Leute aus meinem Bekannten- und Freundeskreis aus, wo ich weiß, ja, wenn die mir zu etwas raten, dann wissen die auch, was sie tun. Also grundsätzlich ist mir wichtig, dass das, was ich anhabe, dass mir das passt, sodass ich mich wohlfühle. Soll aber trotzdem schick aussehen. Also das muss sich für mich gut anfühlen. Eine Sache, die nur kratzt auf der Haut oder die mir ein kaltes Gefühl macht oder die mich irgendwie zurückzieht von den Schultern, würde mir nicht gefallen. Und ein Geruch ist insofern nur für mich abschreckend, wenn die Kleidung völlig überfärbt riecht. Für uns sehende Menschen, wenn wir an Mode denken, denken wir ganz oft an irgendwelche Muster oder Farben oder Schnitte oder irgendwas, was wir sehen, was für uns dann das Kleidungsstück modisch macht. Und für blinde Menschen sind das nochmal ganz andere Aspekte, die da zum Tragen kommen. Also blinde Menschen können das Kleidungsstück ja nicht sehen, aber sie können es zum Beispiel fühlen und sie können es hören. Das heißt, es sind oft auch so Aspekte, dass irgendwelche Nähte oder irgendwelche Applikationen, die auf das Kleidungsstück aufgebracht sind, die für die blinden Menschen eben spannend sind und das dann als Mode ausmachen. Tropical. Das ist jetzt ein Farberkennungsgerät. Und das setzt man eben genau auf die Sachen drauf. Schwarz. Und jetzt sagt es schwarz. Jetzt kann ich mir so ein Buchstabe angucken. Das könnte ein bisschen schwierig werden, weil das Loch zu groß ist. Hell, grau, beige. Jetzt hätte ich eine Vorstellung so von dem T-Shirt. Aber inklusiv ist es nicht, weil ich brauche ja einen Hilfsmüll. Also ich würde wirklich einfach mal sagen, dass für blinde Menschen der Zugang zur Mode oder auch der Zugang zu der Inspiration zur Mode, der fehlt. Dieser komplett selbstständige Zugang, den gibt es nicht. Das ist eine Bluse. Die ist hinten ein bisschen transparent. Ja. Mit ganz viel Spitzen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob du das magst, wenn du so tiefer ausgeschnitten hast. Dann ziehe ich... Einen Top oder irgendwie. Das ist zum Beispiel XS. Ist überall Spitze drin. Ich würde mir zumindest für die blinden Menschen, die online unterwegs sind, wünschen, dass die Labels mal was vom Thema Barrierefreiheit, barrierefreier Webauftritt gehört haben. Dass man halt, wenn man ein Bild einstellt und keinen Alternativtext hinterlegt, dann wird dem blinden Menschen nur suggeriert, dass da ein Bild ist. Aber was da drauf ist, weiß man nicht. Da sind jetzt mal wieder Registerkarten, die sind nicht beschrieben. Da weiß ich nicht, was da drauf steht. Wenn blinde Menschen in Mode einkaufen gehen, wissen sie zum Beispiel gar nicht, was das für eine Größe ist, was das für eine Farbe ist, was das für ein Material hat. Und sind praktisch immer auf Hilfe angewiesen, sind immer darauf angewiesen, dass andere Menschen ihnen das sagen. Und auch, dass andere Menschen ihnen sagen, steht mir das denn oder sieht das gut aus an mir. Und sind da so ein bisschen unselbstständig, weil sie es eben nicht selbst sehen können. Ich wollte eben meine vorhandene Kollektion erweitern, um den Aspekt, der ist auch für blinde Menschen geeignet. Also ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich die Kleidung für blinde Menschen attraktiv machen. Was sind eigentlich die Bedürfnisse von blinden Menschen? Was brauchen sie? Was haben sie für Sorgen? Was wünschen sie sich von Kleidung und Mode? Und bin dann auf die Preisschrift gekommen. Das ist ja praktisch die Schrift, anhand derer blinde Menschen lesen. Die besteht aus verschiedenen Punkten. Und dann habe ich mir überlegt, dass man das ja auch sehr gut auf Kleidung umsetzen könnte. Indem man zum Beispiel Perlen nimmt und die auf die Kleidung drauf stickt. Und konnte dadurch dann eben diese ganzen verschiedenen Hinweise geben. Zum Beispiel, welche Größe hat das Kleidungsstück? Welche Farbe hat es? Wie kann ich es waschen? Zu welchen anderen Kleidungsstücken kann ich es kombinieren? Zu welchen Farben passt es? Also einfach so eine Hilfestellung zu geben, dass man da so eine gewisse Selbstständigkeit hat. Also für mich wäre es schon hilfreich, wenn einfach mit Breil zum Beispiel getakt ist am Schildchen, an so einem Klamottenschildchen, dass da ein QR-Code drauf ist. Und ich würde mir dann die Store-App zum Beispiel oder die Label-App dann runterladen und würde das abfotografieren, den QR-Code und ich würde dann alle Informationen bekommen. Auch hier könnten sich ja so Generalismen entwickeln, die mir einfach den kompletten Zugang zum Kleidungsstück eröffnen könnten. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.